Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar Let's Play Minecraft. Es ist der zweite Anlauf, das ein Video wurde leider zu lang. Ich wollte es nicht hochladen, aber ich hoffe, jetzt wird es gehen. Ein neuer Versuch bei Minecraft. Egal, die andere Welt war eh scheiße, also... So als es gar nicht so schlimm ist, leckt gerade am Anfang ein bisschen, tut mir sehr leid. Und... Es ist ja übel. Oh, was ist hier los? Das ist sonst nie so. Okay. Ich bin gerade leid, Leute. Ist er weg, okay. Hat sich die da gefangen? Sag mal, Leute, was ist denn hier los? Geht doch. Guck mal, jetzt bleibt es auch so. Ja. Ja, also es ist ein neues Let's Play. Ich sag mal ein erstes. Ich hab schon zwei Videos gemacht. Vorstellungsvideo und wo ich mir Curry, also den alten Curry, jetzt Dietweiler LP, ja, aufgenommen hab. Ich glaub, ich hab den Namen falsch ausgesprochen. Ich glaub, ich hab den Namen falsch ausgesprochen. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, ich hab den falsch ausgesprochen. Wieso nur? Na, da guck der, ne? Na, da guck der, ne? Da guck der. Ich hab den Namen falsch ausgesprochen. Naja, wenn ich Curry sag, ist er glaub ich schon, wer es ist. Ich hab dann erst gemacht, haben ein bisschen Unzügen gemacht. Und jetzt mach ich hier direkt danach einen, letzt, ein neues Let's Play, und zwar von Minecraft. Ich hab's halt lange nicht mehr gespielt. Es ist ja alles Punkt 9, falls es mich interessiert. Und ich hoffe, es wird euch sehr gefallen. Wenn nicht, dann... Ist mir auch egal. Klinge ist mir auch scheißegal. Der hat dir keinen Geschmack, irgendwas. Jaja, ich bin schon ruhig, Leute, ich bin schon ruhig. Hat schon mal ne Frisse. Joa. Jetzt, wenn wir erstmal ein bisschen Stein holen, dann werde ich meine Sachen auf Stein machen, dann werden wir ein Haus bauen. Und so weiter und so fort. So. Ja, mein Kanal ist gerade heute rausgekommen, also er ist ganz frisch. Und das Vorstellungslied kommt schon sehr gut an. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut ankommt. Hab schon ein paar gesehen. Zwei Daumen hoch. Zwei Kommentare, die auch sehr gut waren. Sehr gute Kommentare. Und joa. Es freut mich, dass ihr mich so unterstützt, sozusagen. Ich hoffe auch, dass ihr... Ja, mich weiterhin... ...unterstützt. Weil es macht auch Spaß. Es macht sehr Spaß. YouTube ist schon... ...spaßig. Vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass ich euch damit unterhalten kann. Falls sich jemand diese Scheiße anguckt. Ich hab doch keine Ahnung. Guckt ihr euch sowas an? Guckt ihr das an? Ich glaub schon, dass wir es ein paar angucken, oder? Ja, ihr könnt auf jeden Fall entscheiden, was ich mit erzählen soll. Ich soll euch auf LRS weiter machen. Boah, die Grafik ist ein bisschen... Naja. Ich könnte auf Bausi machen. Das war auch die Grafik. Naja, wie gesagt, ich mach alles auf dem Laptop noch. Und deswegen... Es ist mir sehr leid. Ist ja nicht meine ganze YouTube-Karriere, sag ich jetzt mal, lang. Also ich bitte mir noch... ...um Entschuldigung. ...dass ich noch diesen Let's Play... ...diesen... ...diesen Spiel... ...diesen PC habe. Diesen Laptop. Und... ...ja. So, wo wollen wir denn überhaupt unser Haus bauen? Ich hab noch keine Ahnung. Ich müsste erstmal noch ein bisschen Holz farben. Ich kann ja schon mal an nachpflanzen hier ein bisschen. Es wird jetzt ein bisschen grüner hier. Wohl schon grün genug ist mit dem Rasen. Wo soll ich denn mein Haus bauen? Hier bei Lavasee? Nein. Oder? Ach komm, wir bauen uns keinen Unterschlupf für den Anfang erstmal. Wird nichts atemberaubendes. So ein kleines... ...Dixi-Klo. Und... ...ja. Dixi-Klos sind manchmal sehr nützlich, wenn man zum Beispiel auf Klo muss. Und deswegen komme ich erstmal... ...Dixi-Klo. Hier hin. Das ist glaube ich ein bisschen größer als ein Dixi-Klo, aber... ...das mache ich hier. Habt ihr schon mal ein Dixi-Klo Minecraft nachgebaut? Originalgröße? Fast unmöglich hier, ne? Es ist unmöglich. Wow, bin ich gut. Nennt mich Gott. Aber ich hab wieder kein Zaunt hier. Das ist schon beim letzten Mal aufgefallen. Soll nächstes Mal willst du denn mit Zaun sein? Ich hörte hier dann noch was. Also ich verstehe nichts. Kann ja nochmal. Ah, jetzt hör ich mal was. Jetzt... Ich hör was, Leute. Ich hör was. Unglaublich. Ich hör was. Ob Nila war. Seine letzten Worte waren... Zisch. So. Jetzt werde ich jetzt mal zum Baumbrennen ein bisschen Holz noch holen. Da halt das Haus auch schön fertig wird. Schnell wie möglich. Jetzt... Zack, 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 mit der Holzspitzsacke. Ich hab mal auf Holz geklopft, wieso jetzt erst? Und ich hab das Spiel schon gespielt. Ich bin einfach ruhig. Holz drin gewesen. Und erst mal Bäume fällen. Ich mag Bäume und hier. Die sind so schön grün. Ich kann ja schon mal ne Birke mitnehmen. Ist da, ist, ist da. Birken sind doof. Birken sind scheiße, die müssen niedergebrannt werden. Niedergerupft. Lässt die Blätter, dann stemmen die allein. Blätter und Äste. Es ist nur ein Stamm da. Ich glaub, da wollen die mit Absicht selber sterben. Wenn ich ein Bomben wär, ich würd dann sehr gerne sterben. Ich hab ja keine Schaufel gemacht. Sollte, glaub ich, mal... Ich mach keine Schaufel. Wie sag ich denn, dass ich mal ne Schaufel machen sollte? Mann! Dicken alles verzögert. Na, schon mehr eingesetzt? Sorry, sorry, gerade. Das ist mein Vater. Nimmst du auf, Ne? Doch, ich nehm auf. Echt? Ja. Das hab ich auch besprochen? Ja. Ja, sorry, Leute. Das tut mir leid. Dann musst du mir ein Zeichen geben, dass du aufnimmst. Aber ich rede... Ja, es tut mir sehr leid, Leute. Mein Vater wird jetzt nicht mehr vorkommen, hoff ich. Ich kann ja erstmal keiner rüberhüpfen. Wieso mach ich das? Wieso spiel ich dieses Spiel? Ich kann nicht verbauen! Loh. Mann, Leute. Mag nie mehr. Will nie mehr spielen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen wollt. Was aber, weil ich lange Weile habe. Seht ihr mal, was ich... Nennt mich Gott. Nennt mich Gott. Mach ich schon den falschen Boden rein. Dann mach ich... Wieso mach ich den falschen Boden rein, Leute? Das ist doch... Wieso riech ich mich so auf? Scheiß Boden. Der ist doch viel schöner. Ja, das Video wird nicht so lang. Ja, doch. Es wird noch... Es wird noch was werden. Es wird noch was werden. Ich brauche Schwein. Ich brauche Schwein. Schwein. Attacke. Stirb. 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 Schnitzel. Mögt ihr Schnitzel? Schreib's mal in die Kommentare... Ach, was geht hier? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Schnitzel mögt. Mögt ihr Schnitzel? Was für eine doofe Frage. Was für eine doofe Frage. Einstehen! Laufende Schnitzel. Ich höre ein Zombomat. Leute, ich weiß, das sind Zombies, aber ich finde, das sind keine Zombies. Das sind ganz normale Zombomaten. Ja, das sind keine Zomb... Warte, wo kommt der denn her? Das ist keine Zombies, das sind Zombomaten. Aber wo ist denn diese... Wo ist denn die... Flau... Die Gefetzen. Wir will den mit dem Boden einbauen. Das Deko. Zombieschädel. Die Deko mag jeder. Werde ich mit euch. Ich baue Stein. Was finde ich hier? Kein Stein. Super! Wieso habe ich hier keinen Stein gefunden? Jetzt finde ich hier keinen Stein. Ist doch... Ah, Stein! Wieso habe ich bloß keine Wolle dabei? Ja, hab die Schafe gesehen? Ich nicht. Ich hab mal gesehen. Wir bauen... Ah, Kohle! Diesmal die Bl violation. Diesmal die Bl war es nur es könnte mal echt was ziehen und ich auch so kohle 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 ich könnte auch sagen ob ich das jetzt gleich weitermachen soll oder soll diese Folge hochladen sollen ich müsste entscheiden aber manchmal ist es auch so beliebt oder nicht in Zeiten vorbei und ich mag es immer noch ich spiele schon ein paar Jahre boah wie viel kohle ist denn hier noch es ist ein Schatz ich wollte ein bisschen Stein holen jetzt finde ich hier 10.000 kohle eieieiei sag mal Leute habt ihr schon mal so viel kohle gesehen alte das ist direkt am Anfang wo ist das Skype ich habe mich gerade selbst erschrocken muss man ein bisschen leise gleich machen das was dann auch mit dieser Folge wir sehen uns dann beim nächsten Part vom letzten Mal eingefreift ich bin euer TigerLP wir sehen uns beim nächsten Folge tschau ich hatte es ja wir sehen uns beim nächsten Mal bei TigerLP tschau